Ja, listen, Leo. Kurz die Wunde stopfen, ne Passage schon. Was? Okay. Ich habe jemanden auf ihn. James? Wenn du den Harvey und den Black Orlov möchtest, das ist der einzige Weg. Ich setze mich in eine Selle neben dem. Nein. Du bist zu nah an das, Vincent. Du solltest du das ausziehen. Gary war mein Bruder. Mein Blut und Blut. Und er ist tot wegen mir. Ich setze ihn in diese Situation. Ich muss das machen. Und du wirst es. Was mein das denn? Mach es passieren, James. Was? Du bist unter Arrest, Leo. Es ist vorbei. Was hatte ich mit dem Tablet? Niemand bewegt! Ich werde es nicht mehr machen. Alles gut, ich kann auch die Waffe auseinanderbauen. Na? Das war mein Freund. Take it easy, Leo. Sit up! Surrender! Wenn nicht. Was passiert wirklich immer wieder da vorne? You're gonna pay for this! Hey! Kollege, wie geht's? Okay. Ist nicht hier. 시gerlich. Ach, aber nicht sicher. Ohio! Ach, aber nicht sicher! Ist nicht sicher. Euch nicht wieder ist das. Ach, aber nicht sicher. Ich drehe. Ach, Halt auf dem Auto. Ne, ich würde es nicht mehr so schwer. Angry? You haven't seen me angry yet! You backstabbing pig! Please, just calm down! Shut up! Just shut the fuck up! Ich kann das ganze vergessen, egal was du kriegst. Stop the car and let's talk this through. There's still a chance for you to do the right thing. The right thing, huh? The only right thing here! If you put the gun right out of your face, so shut up! Listen, Leo. Don't make this worse than it has to be. Worse? You're a dead man talking. How about that for worse? Und das? Worse did he creepingriege Dortmeld Kammern und würden gemacht, Sacha. ja gut ist ja gut wir haben auch gleichzeitig wir haben auch fair Dings gespielt vor irgendwas keine Ahnung was aber das geht echt so weit das geht echt so weit was ihr gerade gebaut das ist mir sowas von egal Oli ist einfach aus auch um wieder ein übel so verräter der macht das nicht mal was aus das ist ja schade du wichser hast du eine snahbahn Bogen ich frage gerade meine Tante ob die eine Sniper an Bord hat hoch lebe der Verräter hoch lebe der Verräter verpisch dich du Affe so kann er dir im Rücken fallen genau so fällt er dir im Rücken guck dir den Affen an guck ihn dir an da findet er noch Spaß dran das sieht nicht gut aus für dich sieh nicht gut aus für dein Boot was ist mit dem Ziel machen oder was was muss mit dem Ziel machen rausspringen jetzt wirklich echt mal die Sniper Diggi fastes acompan da drückt glaube ich wir sehen ihn gering saß uns gut hier okay wer ist denn das überhaupt haben wir du kennengelernt wo willst du mir jetzt hin kochen weiss ich noch nicht aber haben wir lieb runde das ist unsere pilotin die uns nach mexiko geflogen schön mit mp5 jetzt los ich glaube ja weniger da warst du dich denn versteckt sascha da muss ich nicht gleich zu verstecken auf einen wie traurig seiten hier ich die 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 wirklich gleiche back und absurde den fahrer geboxt Da ist doch... Halt einfach deine Fresse auf, Leo. Tür und Eva stecken, alles wie gut. Geh! Leo! Bitte stopp das. Wie fühlst du das? Ich weiß, dass du dich entspannst. Aber Harvey tönte meinen Bruder. Ich hatte keine Wahl. Ich kann nicht wirklich glauben. Ich spreche mit dem Kapitän. Wir reduzieren deine Fresse. Meine Fresse! Du bist ein totes Mann, du Schenk. Was ist dein Sohn? Alex! Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Ja, würd's doch PIECE OF SHIT sagen! Ich kann dir das tatsächlich nicht sagen. Ich war gerade gleichzeitig um die Ecke. Ja, du auch! Diese Tür da. Ich muss ihn finden. Ich kann ihn wegwerfen lassen. Ah! Ich brauch Panzerglas. Das haben wir doch gerade gelernt, oder? Das haben wir doch gerade eigentlich gelernt. Na, ich dachte, aber das ist jetzt anderes Glas. Guck mal. Wie er sich versteckt hat. Guck, guck sie an! Guck sie an! Guck sie an! Guck, guck! Guck, guck! Guck! Guck, guck! Guck, guck! Guck! Guck, guck! Stief! hihihi Ha ha.. bin nicht mehr Slambe, ich so einst du dann Boah damnit! Klima, komm an! Wir machen uns nicht! Wir machen uns nicht! Look on Fuck! Wie fühlst du sonst? Hifs He? Häh? Da ist doch nicht mal ein Schuss, das ist doch selber nicht! Der hat sich hier selber belügt, da war nicht mal ein Einschuss, der Affe! Wie hoch ist denn die Scheiße? Ach! Hast du jetzt eine Vorstellung genommen oder bist du hoch geflogen? Hast du ein Jetpack? Let's come fly! Jetzt bin ich aber High Ground, ne? I got the High Ground! Wow! Wie dumm! Hä? Was ist denn nur mit meinem Charakter los, Alter? Doch nicht so krass! I have to go, said it was! Drop it! Got you bitch! Was? War ich dauernd? Ne, du hattest noch ein Drittel neben! Denk ich nicht! You fucking disgust me, you pig! It's over! It's over, Anakin! I got the High Ground! I got the High Ground! Get up! Ja, meine Fondas ist so, Bill topf! Get up! Get up! Was soll denn das jetzt? Sascha! Hörfeln! Das ging wirklich ja noch ein bisschen schlechter aus! Oh, Appel, ich hab' das Essen drauf! Okay, love! Okay, love! Okay, love! Okay, love! Okay, love! Du bist jetzt getript! Hä? Wo ist er? Als ob! Kannst du ja nur da durchballern! Wecker! Nach der Winkel! Nicht! Na doch! Ich geh halt extra für dich nach! Erstmal High Ground schnorren! Hä? Ist er von zwei? Jetzt versteh' ich's auch nicht mehr! Hä? Warte mal! Wo bist denn du? Wo bist du jetzt nicht? Ah, ich glaub da gibt's echt zwei von! Hä? Hä? Guten Morgen! Wunden Morgen! prüfen so was von seite wechseln so ist wenn er so hat kein technik ausgepackt ich bin einfach gut du hast ja nicht mal was warum feste die an sache ich jetzt nicht okay ich muss ja das gefängnis kaufen ich will aber nach hinten rennen die waffe nehmen so hier das ist jetzt okay alles gut passt schon jetzt wird ein kopf auf dem boden rasta la vista baby nios gesundheit sieht nicht mehr so super aus das ist das ist mir jetzt sowas von egal dann mache ich doch auch sie mir gleich so was von dein eigenes kind ins gesicht das wusste ich sowas von sehen ich bin ich sage aber schon ist wie eine prüge oder ich sage jetzt schon das passt da das ein dreckskind ich habe schon irgendein knopf damit bescheid weiß das ist ein gesicht mit der nase das erste guckt so ich will schon längst los springen ich bin ja war ganz schlecht aus sascha war um auf den neuen kontrol ausgesagt ob du gar nicht nur wenn der kamen vor u mein kopf hallo kopf nicht in der folgenden anwendung ist ein pferd aufgetrennt Naja Hahahaha Sport jetzt haben wir zwei Menschen ja Prozent Ich habe noch einen Beutel, du machst das hier, ja? Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin ja immer noch nicht tot. Ne. Warte, ich spuck nochmal drauf, vielleicht findest du was. Ich bin ja immer noch nicht. Ich bin ja immer noch nicht. Was ist denn? Warte? Halt mal! Hau mir die Ärger, hau mir die Ärger! Guck mal auf meinem Büchschirm, Alter, wieder ausgucken! Gottes Erleuchtung, überhaupt nicht zufrieden! Du bist einfach, nein, ein bisschen nicht! Komm ins Licht! Ne, Farsch! Gottes Hand, Alter! Fehler da, weil du! So gut! Dafür habe ich dich jetzt angefasst! Voll die Schwurz, bist du einfach! Hier war es so gut, kid! Jetzt noch mal reinballern! Jetzt kriegst du von hinten so'n Headshot, Alter! Du wächst noch! Okay, respawn! Oh, Mann! Ja, doch! Doch, 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 doch! Ah, du hast mir den Bart wieder rasieren lassen! Ne, oder ist es noch der Alte? Ich, wo da ich Anna Kava war! Da war wohl aufgeklebt, oder was, der andere? Hä? Da war wohl aufgeklebt, der andere! Deswegen immer noch das Kind immer so'n Hi! Hey, Alex! Where's Leo? Linda! We need to talk! Er ist schwul! Alex! Why don't you go out and play some ball? Okay! You wanna play? Not right now, baby! We need to talk! Ah, das ist süß! Jetzt, pfff, weggeballert! Da springt der Kleine das Haus in die Luft! Pfff! Lus ist so, vielleicht so! Alles geplant! Jetzt so die Waffe! Lange Geschichte! Alter! Das ist so gut gemacht, Gaben! Die Muck ist, ich finde auch, die Muck macht so'ne gute Atmosphäre! Ja! Geht ich gleich mit dem Messer auf mich los? Weiß ich nicht! Weil die Psychotante, könnte ich auch verstehen bei dir, ne? Revanche, ne? Geh! Cool! Dein Sohn nehme ich mit! Wanna play some ball? Das ist so gut gemacht, ey! Mach es mal bitte klauen! Wanna play some ball? Einfach beide erschießen! Einfach gut! Prost! Prost! Das ist ein Statement zur Story, oder? Ist scheiße, ich sterbe! Ich bin zurück! Gibt's eigentlich nur drei verschiedene Autos in dem Game? Und ein Van und ein Truck, oder? Ahja, Bus gibt's auch noch! Oh, das ist mein Kind! Jetzt erknifft er, was geht los? Hey Carol! Hallo Mama! Hallo Mama! Ich bin zurück von meiner Schicht! Hast du Essen gemacht? Ein Brief, oder was? Das ist meine Resignation aus dem Büro! Es ist vorbei Carol! Ich bin weg! Bitte! Gib mir nur noch eine Chance! Und Andrew Julie? Weißt du, wer mich erinnert? Deine Namen! Jetzt mit den Schnauzern! Ja! Michael ist ein Nein! Wer denn? Sie hat auch deine Augen! Ich bin sorry! Water White, nein! Wie heißt denn denn? War das Water White? Ja, ich glaube ja! Aber wie hieß denn das? Ich komme nicht drauf! Ich würde auch lieben! Ähm, ich wollte die ganze Zeit... Ich sag die ganze Zeit Prison Break! Ähm... Das, wo die das in den Van alles droht, die Drogen machen? Genau, genau, genau! Fuck! Ich weiß noch, wie viel, was du meinst! Ja, ja, ja! Ja! Kennt auch jeder, aber ich komme da immer nicht drauf, wenn ich's ansprechen würde! Ja! Fälls gerade auch einfach nicht ein! Breaking Bad! Breaking Bad, genau! Weil deswegen sag... Deswegen sag ich immer Prison Break! Breaking Bad! Und wie so... Das hat voll was für zusammenwesen! Ja, ja! Ne, das siehst du! Genau! Ja! Breaking Bad! Ich nehm, ich bin das Grab! 36 bis 72! War 36 Euro, hä? Hast dich gut gehalten! Ja! Ja! Dein behinderter Drecksund trägt immer noch die T-Shirts in der verfickten Hose! Ja, ja! Gut aufgewachsen, ne? Oldschool halt! Das ist Oldschool, alter Junge! Voll der Hippie! Geh weg, Kind! Keiner mag dich! Alex! Wie spät die sich rum? Da ist der Alex! Die Frise, alter! Ach, die sind jetzt zusammen, oder? Wie war das mit dem Test, Sascha? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie war das mit deiner Mutter zusammen und das Kind, alter! Das bin jetzt mit dem Mutter, alter! Happy End! Nein, 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 alter! Das ist doch alles hier, das ist doch alles die gleiche Familie, hab ich das Gefühl! Oh, zwei, zwei, drei, drei, drei! Sascha, wir waren doch bestimmt auch irgendwie von, hab ich das Gefühl, kann das sein! So muss ich's erfahren, Sascha, so muss ich's erfahren! Der Welt ist einer, zwei, vier, sechs Leute nur! Ja! Wie wenig haben denn das gemacht? Und dafür ist es so gut gewesen! Pass, als GTA, wo da noch zu viel mehr ist! In Rockstar sitzen 10.000 Leute in einem Spiel und es ist einfach nur Much! Was? Es ist einfach nur Much! Hallo, die sitzen, 5.000 davon sitzen hinter die DLCs und das kommt auch nur einmal am Jahr raus! Für zwei Autos oder so! Geil, ist das Spiel schon acht Jahre? Das ist jetzt übersprungen? Ja, jetzt hab ich kurz... Naja, Digga, ich will doch jetzt nicht vorwerden, wenn ich das gemacht hab, alter! Wer ist die Song on the Rockstar Games? A Way Out! Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! So alt schon? Das sind drei Jahre! Cool! Okay! Die Kapitel einfach sozusagen so anfangen möchtest? Ja, morgen oder so! Gut! Ähm... Voll geil eigentlich! Auf jeden Fall können wir da noch die Trophäen machen! Juuuut! Pause von der Realität! Achja, wo wir erstmal an diesen Ding ran saßen! Da Kapitel wählen! Ausbruch, der Hof, Speisesaal... Hat so gut geklappt, bis ich dich am Ende erstmal betrayed habe! Voll das Arschloch! Ja, tschüss! Geh, geh einfach! Jut, Sascha, ne? Ich würde dann offline gehen? Wow, wie wär echt witzig mit dir! Jo! Jo! Ah, gehst du noch rein? Du gehst dann noch rein, was du jetzt gesagt! Viel Spaß, jetzt noch ein Rainbow, ne? Jo! Äh... Wir hören uns dann die Woche oder... Jo! Bis dann! Ausse!